Uni A Research to Go, der Wissenschaftspodcast der Universität Augsburg. Mein Name ist Sabine Döring-Manteufel, ich bin die Präsidentin der Universität und mit diesem Podcast verbinde ich vielfältige Themen und Menschen an unserer Universität. Wir tauchen ein in die Welt der Wissenschaft, aber auch in die Welt der Biografien, denn es geht hier nicht nur um die Forschung als solches, sondern auch um die Menschen, die dahinterstehen. Heute geht es um Frühneuzeitforschung und politisch-gesellschaftliche Denk- und Organisationsformen. Mein Gesprächspartner ist der Historiker Prof. Dr. Lothar Schilling. An der Universität Augsburg ist Lothar Schilling seit 2008 und zwar als Professor der Geschichte der Frühneuzeit an der Philologisch-Historischen Fakultät. Studiert hat er in Köln und Paris, also naheliegend, dass er sehr Frankreich-affin ist. Er sagt von sich selbst, er sei ein Familien- und Kopfmensch, der Entspannung beim Radfahren und in der Gartenarbeit findet. Geistesblitze kommen ihm gern mal nachts. Dann geht es aber auch um solche weitreichenden Fragen wie, was unser Gemeinwesen zusammenhält. Er bezeichnet sich selbst als wissenschaftliche Wollmilchsau. Herzlich willkommen im Studio, Herr Schilling. Guten Tag, Frau Döring-Mann-Teufel. Es ist klar, die wissenschaftliche Wollmilchsau, die muss sich natürlich aufgreifen. Was macht sie dazu? Ja, darauf kann man in unterschiedlicher Weise antworten. Ich würde zunächst sagen, Historiker haben eine gewisse Disposition, eine gewisse Neigung, eine gewisse Nähe zur Wollmilchsau schon deshalb, weil sie ja ihre Gegenstände, die sie in ihrer historischen Entwicklung untersuchen, ja auch von der Sache her kennen müssen. Sie können sich keinen Technikhistoriker vorstellen, der nicht weiß, wie die Maschinen, deren Geschichte erforscht, auch funktionieren. Sie können sich keinen Rechtshistoriker vorstellen. Auch wenn er nicht Recht studiert hat, muss er ungefähr grundlegende Begriffe des Rechts kennen. Und genauso ist es bei den Methoden. Also wir Historiker haben eine gewisse Tendenz, das haben die Nachbarwissenschaften auch gelegentlich schon etwas missbilligend zur Kenntnis genommen, uns bei ihnen zu bedienen. Gerade zum Beispiel bei der Soziologie. Wir übernehmen Begriffe aus Nachbarwissenschaften, also beispielsweise den Bourdieuischen Begriff des sozialen Kapitals und können in der Geschichte damit etwas anfangen. Also insofern haben wir eine gewisse Offenheit, was die Funktionen und die Kenntnisse und auch die Aktivitäten angeht. Bei mir hat es noch einen biografischen Hintergrund. Ich bin der Einzige in einer ansonsten naturwissenschaftlich-technischen Familie, der eine Geisteswissenschaft, konkret Geschichte studiert hat und das bis heute als Beruf betreibt. Und muss eigentlich, um in der Familie mitreden zu können, relativ viel von anderen Bereichen, gerade auch technischem Wissen. Und das versuche ich wiederum in meiner wissenschaftlichen Arbeit auch zu nutzen. Das heißt, dazu gehört zum Beispiel auch die Geschichte von entsprechenden Techniken, die Geschichte der Landwirtschaft und so weiter. Und außerdem habe ich mich nie richtig festlegen können auf eine Zeit. Ich habe also im Grunde genommen die frühe Neuzeit wirklich in ihrer ganzen Breite vom späteren 15. bis ins frühe 19. Jahrhundert in verschiedenen Perspektiven mir angesehen und entsprechend geforscht. Und das alles immer in der Perspektive, dass ich ja nicht Geschichte betreibe um ihrer selbst willen, sondern weil ich eigentlich als Zeitgenosse Fragen entwickle, die ich anhand der Geschichte mir klar machen möchte. Und dazu gehören natürlich Fragen nach bestimmten gesellschaftlichen Grundüberzeugungen. Welche Rolle spielt Gleichheit? Das hat sich zum Beispiel sehr stark gewandelt von meiner Zeit, der frühen Neuzeit, in die Gegenwart. In der frühen Neuzeit war über weite Teile Ungleichheit als Ordnungsprinzip absolut fundamental. Heute ist es Gleichheit. Es hat mich immer wieder beschäftigt, die Frage, wie Gesellschaften ihre eigenen Werte setzen, wie sie zu Entscheidungen, vor allem verbindlichen Entscheidungen kommen. Und zwar sowohl in rechtlich geordneten wie in rechtlich weitgehend ungeordneten Räumen. Und dazu gehört dann wiederum, dass man sich mit den entsprechenden Konzepten, mit den entsprechenden Begriffen einigermaßen auskennt. Und das führt dazu, dass ich schon sagen würde, ich mache sehr vieles, habe aber kein so eindeutiges Profil, wie das gerade im amerikanisch geprägten oder angelsächsisch geprägten Wissenschaftssystem heute vorherrscht, dass man mit einer Person ein Thema verbindet. Das ist für die Aufmerksamkeitsökonomie gar nicht schlecht, aber das würde mich für die Dauer dann vielleicht doch eher langweilen. Ja, also das war jetzt ein sehr interessanter Einstieg in die ganze Thematik. Ich meine, wir leben ja selber auch in einer Zeit, in der es auch für unser Gemeinwesen immer schwieriger wird, verbindliche Entscheidungen zu treffen. Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der sich mit dem 18. auch 17. Jahrhundert beschäftigt, natürlich da einiges dazu zu sagen hat, auch zu unserer Gegenwart. Denn es ist ja so, dass in der frühen Neuzeit es insgesamt zu enormen Dynamiken kommt, die alle europäischen Gesellschaften und auch weit darüber hinaus völlig umgestalten. Das ist eine Bruchzeit, manchmal heißt es Sattelzeit, manchmal sagt man, es sind Brüche, manchmal sagt man, es sind große Transformationen. Das sind alles die Begriffe, die wir letzten Endes heute auch für unsere Zeit benutzen. Es sind Revolutionen in der Zeit zu verorten, die französische Revolution, die amerikanische, die frühere. Auch in der Bindung oder Verbreitung von Informationen, man spricht von den Effekten der ersten Medienrevolution durch Guttenberg und so weiter. Es werden enorme Erfindungen in der Zeit gemacht. Da kommt dann wahrscheinlich ihr technisches Wissen wieder vor. Und das Ganze ist natürlich eine hochkomplexe Dynamik. Und wenn man das vielleicht mal ein bisschen technischer betrachtet, geht es natürlich auch darum, wie diese Gesellschaften damals in Gesetzgebungsverfahren ihre Regeln eigentlich entwickeln. Können Sie dazu was sagen? Ja, das hat mich vor allem im Zusammenhang meiner Habilitationsrechte beschäftigt, weil es da um die Frage geht, was darf, was kann ein Gesetzgeber überhaupt tun? Und zwar im konkreten Fall ging es um eine Krisenzeit, die Zeit der französischen Religionskriege, also des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, in der tatsächlich die Menschen übereinander hergefallen sind, ungeahnte Grausamkeiten erfolgt sind, wie die Bartholomäusnacht und andere schwere Bluttaten. Und die ganze Zeit die Hoffnung war, wir haben doch einen König, der ist doch auch Gesetzgeber, der muss doch das Gemeinwesen wieder befriedigen. Also da geht es sehr stark um die Frage einerseits, wie weit kann man rechtlich ordnen und das in einem Zusammenhang einer Krise, die stark daraus hervorgeht, dass an sich immer noch, und das gilt für weite Teile der frühen Neuzeit, Tradition legitim ist, gut ist, also nicht das, was man überwinden muss, Tradition ist erstmal das, was man bewahren muss. Und das gilt für das Religiöse, weshalb eben die Reformation zu solchen Spaltungen geführt hat. Die Reformation, die sich selbst übrigens nicht als große Neuerungsbewegung, sondern als Rückkehr zum Ursprünglichen verstanden und definiert hat. Und es gilt aber auch für das Recht, weil im Recht ja sehr lange Zeit eigentlich auch der Grundsatz gilt, dass das alte Recht das gute Recht ist. Und jetzt in einer solchen Krisensituation zu steuern, sozusagen Gewaltdynamiken zu durchbrechen, erfordert auch neue Maßnahmen. Und die große Frage ist, was darf man da und was darf man nicht? Und als ganz zu Beginn der Religionskriege der französische König versucht hat, zu sagen, jetzt klammert doch mal die Religionsfrage aus, ihr könnt doch auch gute Untertanen sein, unabhängig von eurer Revolution, da haben die Gerichte gesagt, die das Recht mitverwalteten und verteidigten, König, das kannst du gar nicht sagen, weil ein König bei seinem Krönungseid geschworen hat, dass er den wahren Glauben verteidigt. Da gibt es kein, ihr könnt bei der Religion denken, wie ihr wollt. Das ist nicht möglich. Und das ist der Anfang der Religionskriege. Und es zeigt, wie schwierig es ist, mit Recht zu ordnen, wenn da bestimmte Grundprinzipien der Gesellschaften durchbrochen werden. Also das wäre jetzt ein Beispiel. Aber es gibt generell dann in der frühen Neuzeit sehr viele Phasen, in denen dieser Grundsatz, dass das Alte eigentlich das Gute ist, infrage gestellt wird. Und ab dem 18. Jahrhundert wird es auch prinzipiell getan. Also in dem Moment, wo die Aufklärung kommt, ist das Alte nicht mehr unbedingt das Gute. Das Alte ist jetzt eine Tradition, die man unter Aufklärungsgesichtspunkten, Vorurteilskritik und so weiter infrage stellt und überprüft. Jetzt muss ich aber doch mal zurückfragen. Also ich stelle Ihnen jetzt mal Folgendes vor. Es sitzt ein König in Paris oder in Versailles. Da werden Gesetze erlassen in dieser Zeit. Seine, sagen wir mal, Untertanen sind vielleicht 600, 700 Kilometer von Paris weg. Und er trifft teilweise auch auf eine nicht alphabetisierte Gesellschaft. Jetzt ist aber natürlich das Recht kodifiziert, also schriftlich gefasst. Das kann keiner lesen, der da irgendwo auf dem Dorf in der Bretagne oder wo auch immer ist. Und es ist auch weit weg. Also man sendet dann vielleicht Boten aus. Vielleicht gibt es Präfekturen im ganzen Land. Die bringen dann diese Nachrichten in die Dörfer. Und dann steht da einer auf dem Marktplatz und sagt, der König hat aber vor drei Monaten in Paris Folgendes erlassen und ihr müsst euch daran halten. Oder wie kann man sich diese Kommunikationswege eigentlich vorstellen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man muss ein klein wenig differenzieren. Es gibt Bereiche des Rechts, die sich relativ wenig auch noch im 18. Jahrhundert verändern. Das gilt für all das, was wir heute als Zivilrecht bezeichnen würden. Das hat aber auch zur Folge, dass in Frankreich auch dieses Zivilrecht kein einheitliches Recht ist. Wir haben im Süden ein ganz anderes Zivilrecht, das stärker auf dem römischen Recht beruht. Wir haben im Norden ein Zivilrecht, das viel stärker auf Gewohnheiten beruht. Die sind erst nach und nach aufgeschrieben worden. Die sind also nicht von vornherein schriftlich fixiert worden. Und die sind lokal sehr, sehr stark unterschiedlich. Wo der König tatsächlich eingreift, das ist bei allen Fragen, die mit der öffentlichen Ordnung zu tun haben. Da spielt dieser Begriff der Polizei, der guten Ordnung, der Bonne Police en France eine ganz, ganz große Rolle. Und er sagt, wir haben da Unordnung, es gibt sozusagen Unklarheit und jetzt müssen wir einordnen. Es geht um Verkehrswege und es geht um Markt und es geht um Handwerk. Und es geht dann im 18. Jahrhundert immer stärker auch um den ländlichen Bereich. Also beispielsweise die Frage des Eingreifens in die Nahrungsmittelmärkte, in die Getreideversorgung und im späten 18. Jahrhundert sogar in Regelungen, die die Anbaumethoden betreffen. Und nun ist die Frage, wie erfahren das die Leute und wie finden sie das? A, die französische Monarchie hat eine sehr, sehr ausgefeilte Strategie entwickelt. Man nennt das die Ceremonie de la Formation, also die Informierungszeremonien. Und nach ganz klarem Ablauf, der auch immer deutlich gemacht hat, wie wichtig etwas ist. Also wenn etwas wirklich wichtig war und positiv, dann gab es ein Tedeum in der Kirche. Wenn es sozusagen kleinere Dinge waren, dann wurde es teilweise angeschlagen, aber vor allem wurde es entsprechend verkündet. Und es wurde den jeweiligen lokalen Amtsträgern aufgetragen, ganz genau darauf zu sehen, ob auch wirklich dem nachgelebt wurde. Und dann gibt es wieder ein Berichtswesen, das dann versucht nachzusteuern, wenn etwas nicht funktioniert hat. Eins möchte ich noch ergänzen, dann höre ich erstmal an dieser Stelle wieder auf. Man sollte sich nicht vorstellen, dass alle Regelungen, die ein Gesetzgeber erlässt, in der frühen Neuzeit von diesem Gesetzgeber selbst kommen. Es gibt das, was ich jetzt auf gut Neudeutsch, Englisch, als Legislation on Demand bezeichnen würde. Es gibt also Eingaben an den König, wo um einen Gnadenakt gebeten wird, aber im Formular steht bereits drin, was der König als Gesetz erlassen soll. Das heißt, es wird dadurch auch Wissen, es werden auch Interessen aus der Provinz an die Zentrale übermittelt und der König prüft das und sagt dann, ja, so soll es sein, ich erlasse das als Gesetz. Also von daher, es gibt durchaus auch Formen der Beteiligung. Also es gibt nicht nur den König, der erlässt, sondern es gibt sehr starke Möglichkeiten aus dem Land heraus an den König Gesetzesvorschläge zu unterbreiten und damit auch Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung. Also es sind ja so ausgeklügelte Herrschaftsarchitekturen, so könnte man das ja nennen, die eine Verwaltung als eine innere Ordnungsgemeinschaft empfinden, die vielleicht mal mehr, mal weniger stark reglementiert ist. Meine nächste Frage zielt ein bisschen auf was anderes, es hängt aber damit eng zusammen. Natürlich gibt es das geschriebene, kodifizierte Recht, es gibt die Mechanismen, die Sie gerade geschildert haben. Es gibt aber auch, wenn man mal so will, das Recht der kleinen Leute. Also das, was unterhalb des kodifizierten Rechtes in einer ländlichen Gesellschaft oder vielleicht auch fernab von den Metropolen als so eine Art Gemeinschaftswissen verankert ist, wo die Leute jetzt sagen, das tut man, das tut man nicht. Das sind vielleicht moralische Kodizes, das können aber auch älteres Recht sein, was sich dann ja in eine gewisse Gegenwart transformiert hat und so weiter. Gibt es das für den französischen Raum? Das gibt es für den französischen Raum, das gibt es überall in Europa. Ich würde generell sagen, man sollte Rechtsnormen nie völlig losgelöst von den sozialen Normen. Ich möchte das mal als soziale Normen bezeichnen, untersuchen. Und sehr oft zeigt sich, dass sozusagen obrigkeitliche Normen desto besser auch funktionieren, je eher sie diesen sozialen Normen Rechnung tragen, beziehungsweise sich darauf irgendwo sozusagen aufgesattelt werden können. Da gibt es jetzt, kenne ich für Frankreich Studien, über das sogenannte auch Afrajudiciaire. Es gibt es aber auch im Deutschen, gerade in dieser Polizeiforschung, Karl Hertha und andere haben das gemacht, die gezeigt haben, wenn es gelingt, das, was im Dorf von den Maßgeblichen für richtig gehalten wird, durch entsprechende Gesetze zu ergänzen, zu konkretisieren, dann ist die Chance, dass es realisiert wird, viel, viel größer, als wenn tatsächlich versucht wird, diesen sozialen Normen absolut zuwiderzuhandeln. Das wird im 18. Jahrhundert als Problem eher noch verschärft, weil im 18. Jahrhundert eben mit dieser Neuerungsidee, auch mit der aufgeklärten Vorstellung, mit Traditionen aufzuräumen und das Bessere, das Rationalere, das Effizientere eben entsprechend vorzugeben, die Konflikte zwischen den sozialen Normen von Menschen und den, sagen wir mal, obrigkeitlichen Vorstellungen deutlich zahlreicher werden. Ein schönes Beispiel wäre im katholischen Bereich, mit der Aufklärung kommt ja da eine Infragestellung von Wallfahrten und von Festtagen und so weiter. Und das wird von der Bevölkerung sehr oft mit ganz, ganz großem Unverständnis aufgenommen, teilweise auch unterlaufen, weil nun diese Vorstellung, dass der Herrscher im Wesentlichen die bestehende Ordnung ja doch stützt, die infrage gestellt wird. Und dann tatsächlich kommt es zu vielen, vielen Arten von Friktionen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, die ja zum Teil vielleicht auch konfessionell geprägt sind. Sie haben ja schon ein paar Beispiele dazu genannt. Es gibt überall aus Europa solche Beispiele, wo man sagen kann, es gibt unterhalb des kodifizierten Rechts eben noch so Normen. Sie haben das vorhin Sozialnormen genannt. Was mich immer gewundert hat, ich habe mich ja auch eine Weile mit Frankreich im 18. Jahrhundert beschäftigt, was mich immer gewundert hat, ist, dass man die frühen Zeichen einer revolutionären Entwicklung nicht früh genug gesehen hat von Seiten der Obrigkeit. Man sieht ab 1720, sie wahrscheinlich als Historiker noch früher, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht in den Provinzen, in Richtung Steuern, in Richtung oberigkeitliches Verhalten, wie auch immer, die Leute fangen an, unruhig zu werden. Und die Obrigkeit reagiert darauf nicht. Und dann dauert es eine ganze Weile und plötzlich bricht dann etwas aus. Wie lange kann man sowas sehen, zurückverfolgen? Das ist sehr schwierig und zwar deshalb, weil ich mich eigentlich ein wenig davor hüten würde, für eine Entwicklung von vornherein Vorläufer beziehungsweise Wurzeln nur ausfindig machen zu wollen. Das Interessante ist tatsächlich zweierlei. Erstens, die französische Monarchie war im 18. Jahrhundert schon sehr alt. Und sie hatte schon sehr viele Krisen erlebt. Ich habe die Religionskriege erwähnt, davor der 100-jährige Krieg. Auch unter Ludwig XIV. war keineswegs alles toll. Da war das Land zeitweil kurz vorm Zusammenbruch, einfach weil der König es mit der Kriegführung zu weit getrieben hatte. Das heißt, diese vielen Krisen haben im Grunde die Vorstellung gestärkt, das ist ganz seltsam, dass sozusagen die göttliche Prädestination nicht vorgesehen habe, dass diese Monarchie zusammenbricht. Das heißt, wenn es Krisen gab, hat man sie irgendwo als wieder vorübergehend eingeschätzt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist die Geschichte Frankreichs, sagen wir mal vom Tod Ludwigs XIV., also 1715 an, keine Geschichte eines linearen Niedergangs. Es gibt durchaus regelrecht gute Jahre, in denen die Wirtschaft relativ gut floriert, in denen es reiche Ernten gibt, in denen es weniger Tod beispielsweise durch schwere Seuchen gibt, die es vorher sehr häufig gegeben hat. Das heißt, es gab eine ganze Menge Faktoren, auch viele aufgeklärte Vorstellungen, die eigentlich davon ausgehen, wir gehen in ein besseres Zeitalter. Und es gab durchaus auch am Hof Akteure, die dieser Vorstellung gefolgt sind. Das heißt, es gibt nicht diese von vornherein nur noch abwärts gehende Linie, so wie bei Hildegard Knef von nun an ging es bergab. Das gibt es in der Geschichte ohnehin recht selten, aber in der französischen Geschichte des 18. Jahrhunderts ganz sicher nicht. Und deswegen ist es eigentlich eher so, dass sich dann die Frage stellt, ab welchem Punkt sind tatsächlich die Signale auf einen Systembruch eingestellt. Und das ist relativ spät der Fall. Es gibt Hinweise in den 70er Jahren, als man merkt, auch die lokalen Gerichte und Eliten unterstützen bestimmte Widerstandshandlungen der sogenannten Gernifarien, also in dem Mehlkrieg, da gibt es Hinweise darauf. Was schlechter funktioniert als vorher, wir haben einen König mit Ludwig XVI, der gutwillig ist, der aber eines nicht kann, nämlich gut kommunizieren. Er hat ein-, zweimal einen Riecher, wie man es macht, als es um das Eingreifen in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, um die Revolution geht. Aber die viele Zeit über ist er so in seinem höfischen Kokon und in seinen Vorstellungen davon, was seine Monarchie ausmacht, dass er eigentlich diese Kommunikation, die im Zeitalter der Aufklärung immer wichtiger wird, mitteilen, was man tut, warum man es tut, wie man es tut, und die vermag er nicht wirklich adäquat sozusagen wahrzunehmen. Und das ist dann so ein Zerreißen des Verhältnisses, dieses an sich emotional sehr engen Verhältnisses von Untertanen und Königtum. Und dann schieben sich immer stärker auch die Gerichte dazwischen. Ja, aber definitiv hat man auch 1989, als es losging, noch nicht wirklich gewusst, dass das in den großen Knall mündet. Das ist zumindest nicht Anfang 1989. Ab dem 14. Juli dürfte das dann doch klar gewesen sein. Gut, aber das war jetzt sehr speziell schon. Also die Historiker, das haben wir jetzt heute gelernt, die denken nicht gern in finalisierenden Entwicklungen. Also es fängt irgendwo was an und 100 Jahre später ist dann das Resultat da und so weiter. Sie haben es schon jetzt doch sehr deutlich und auch glaubhaft gemacht, dass viele auch unvorhergesehene Dinge unterwegs passieren können. Und bis Menschen mal so weit sind, zu verstehen, dass sich ein System, was sich über Jahrhunderte gefestigt hat, in der gesamten Systemkonfiguration nicht mehr wirklich stabil weiterlebt. Und in dem Fall hier haben wir natürlich sehr, sehr viele Faktoren, die zusammengekommen sind. Sie haben vorhin schon gesagt, also die große Getreidekrise der 1770er Jahre ist ja sprichwörtlich, dann gibt es natürlich auch außenrum in der globalisierenden Welt passiert sehr viel. Wir haben technische Erfindungen. Wir haben aber auch etwas, was ja immer wieder auch von Historikern angesprochen wird, eine neue Philosophie. Damit neue Begriffe, zum Beispiel der Begriff Gleichheit. Können Sie dazu mal was sagen? Ja, Gleichheit ist an sich, ich habe es vorhin schon angedeutet, sehr, sehr lange Zeit für jene, die sich über eine Gesellschaft äußern, ein gefährlicher Begriff, ein geradezu abzulehnender Begriff. In dem Grundkurs, den ich immer sehr gern gebe, also für die Studienanfänger kommt immer eine schöne Quelle eines ganz renommierten Juristen aus dem 17. Jahrhundert, der sagt, wir können nicht in Gleichheit leben, denn das wäre das Chaos. Gleichheit ist sehr lange mit Chaos verbunden in der Vorstellung und Gleichheit ist auch kein Begriff, der von allen Aufklärern propagiert wird. Auch unter den Aufklärern sind diejenigen, die Gleichheit für ein absolut wichtiges Prinzip halten, eher eine Minderheit. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Gleichheitsforderung entsteht, weil sich eben diese Ungleichheit, die sich in Frankreich extrem festbetoniert hat, in einer Gesellschaft, wo jede Gruppe ihre Ansprüche, ihre Sonderrechte hat, dass sich diese Ungleichheit als so derart lähmend und so krass ungerecht erwiesen hat, dass nun die Vorstellung einer zumindest rechtlichen Gleichheit einen ganz, ganz großen Zulauf bekommt. Allerdings tatsächlich ist da die Dynamik erst in den 1780er Jahren besonders deutlich, wobei übrigens ein Effekt nicht zu unterschätzen ist, Frankreich selbst hatte die amerikanische Revolution unterstützt, weil es sich an England rechnen wollte. Was die Monarchie überhaupt nicht mitbedacht hat, konnte wahrscheinlich auch niemand wissen, dass aus Amerika lauter begeisterte Anhänger einerseits einer Republik und zweitens einem auch von Gleichheitsvorstellungen zurück nach Frankreich kommen. Die Clubs, die später in der Revolution so berühmt werden, Jakobiner und so weiter, haben wirklich ihre Anfänge in Fanclubs für die amerikanische Revolution. Das heißt, dieses Prinzip ist von Amerika aus sehr stark entsprechend propagiert und auch plausibilisiert worden. Und nun wollten sehr viele Franzosen plötzlich es so machen, wie es die Amerikaner gemacht hatten. Und das hieß auch, dass man eben die monarchische, vor allem auch ständische Ordnung infrage stellte. Und dann wurde es auch als Rechtsprinzip entsprechend in der Deklaration der Menschenrechte festgeschrieben und auch zum Grundprinzip erklärt. Ja, und das war sicher etwas, was man zuvor gar nicht, wie man heute so modisch sagt, auf dem Zettel hatte. Dass ganz woanders in der Welt etwas passiert, was dann eine starke Rückwirkung auf das eigene Gemeinwesen, auf die eigene Gesellschaft hat. Und was passiert eigentlich dann genau? Können Sie das noch nicht so, wie die Schulbücher das darstellen? Sondern so, was genau passiert in der Bevölkerung? Was passiert in diesen Obrigkeiten, die auf einmal sich konfrontiert sehen mit Unruhen, mit neuen Begriffen, mit auch anderen Pressewesen, anderen Medien, anderen Orientierungen? Dann bricht da was, kann man das so nennen? Dann bricht da was auseinander? Es bricht sicher ein gewisses Selbstverständnis dessen, was denkbar und was sagbar ist. Das ändert sich radikal. Wobei gerade am Anfang auch es so einen Opportunismuseffekt gibt. Das stellen wir ja auch in aktuellen Gesellschaften vor. Dass wenn beispielsweise ein Regierungswechsel erfolgt, nun ist es in Frankreich mehr als nur ein Regierungswechsel, Regierungswechsel, plötzlich viele, viele, die bis dahin sich gar nicht so geäußert haben, sehr, sehr positiv über das Neue sprechen. Und gerade am Anfang ist die große Begeisterung da, dass man tatsächlich jetzt unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit, der Brüderlichkeit und der Freiheit tatsächlich ein neues Gemeinwesen schafft. Wobei der Faktor, der die Kontinuität zu wahren scheint, noch eine ganze Weile der König ist. Wir müssen ja sehen, da wird ja nicht gleich der König weggeweht oder weggewischt, sondern der König ist erstmal noch an der Spitze. Der weiß zwar selber nicht ganz, welche Rolle er jetzt da zu übernehmen hat und nimmt diese Rolle auch letztlich langfristig nicht sehr erfolgreich wahr. Aber in den ersten anderthalb Jahren ist sehr stark die Vorstellung, dass dieser grundlegende Mandel unter der Führung des Königs passieren würde. Also da ist der Bruch ein Stück weit kaschiert. Und dann im Laufe der Zeit zeigt sich, der König treibt ein doppeltes Spiel. Das geht doch nicht mit der Monarchie. Und spätestens als dann der Krieg ausbricht, der ja von französischer Seite deklariert wird, wird deutlich, nein, unter diesem König geht das nicht. Geht das nicht. Und dann versucht man halt eben andere, wie kann man es sagen, politische Kräfte zu mobilisieren, die dann halt tatsächlich auch über kurze lang eine andere Gesellschaft generieren. Sie haben vorhin den Namen von Pierre Bourdieu erwähnt, der ja so eine Art Ikone der französischen Sozial- und Gesellschaftswissenschaften ist. Er hat ja auch versucht nachzuweisen, dass in der modernen französischen Gesellschaft und nicht nur dort, natürlich auch in anderen europäischen oder auch westlich geprägten Gesellschaften subkutan die alten Strukturen zu teilen aus dieser dynastischen Ära noch vorhanden sind. Wie geht das denn zusammen? Da sind dann vielleicht 200 Jahre drüber weggegangen. Aber in einer Gesellschaft gibt es noch so unterschwellige Werte, soziale Zuordnungen, die vielleicht noch aus einer Ära stammen, die man eigentlich als überwunden anerkannt hat. Also das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Wenn Sie erlauben, würde ich versuchen, das an einem Begriff, der bei Bourdieu eine sehr große Rolle spielt, zu erläutern. Er hat ja von der sozialen Distinktion und von dem Bedürfnis von Menschen gesprochen, sich von anderen Menschen abzuheben, sich zu unterscheiden. Und das ist erstmal etwas, was natürlich in einer ständischen Ordnung wunderbar funktioniert, weil klar ist, dass beispielsweise der Patrizier in der Stadt sich in andere Textilien kleiden kann, als irgendein Müller oder ein Bäcker. Also von daher, Distinktionsbedürfnis wird in ständischen Gesellschaften sehr gut befriedigt. Und eigentlich würde ja die rechtliche Gleichheit bedeuten, man sollte sich gerade nicht von anderen unterscheiden wollen. Was aber nicht stimmt, es hat sich gezeigt, auch in modernen Gesellschaften, auch von der Marktökonomie getragen und getrieben, ist das Bedürfnis, sich zu unterscheiden, ganz, ganz ausgeprägt. Es ist aber tatsächlich so, dass man da ganz schön zeigen kann, dass es ein Fortleben vormoderner Vorstellungen von sozialer Ordnung gibt in der Gegenwart. Und dieses Fortleben vormoderner Vorstellungen von der Gegenwart führt mich dann auch wieder auf die Frage, weshalb ist Früh-Neuzeit-Geschichte so interessant. Lange war die Vorstellung, wir müssen vor allem zeigen, wie diese Gegenwart zustande gekommen ist, in der wir heute leben. Das ist sicher wichtig. Aber es ist auch ganz wichtig, kritisch zu fragen, wie viel von der Vergangenheit, die wir glauben, überwunden zu haben, ist denn tatsächlich noch in unserer Gesellschaft drin. Jetzt bin ich gar nicht auf das Spezifische in Frankreich eingegangen, wozu man auch einiges sagen könnte, was sehr stark auch mit diesem Pariser Zentralismus zu tun hat, mit bestimmten Bildungssystemen und so weiter. Aber ich denke, das Grundprinzip der Distinktion, und der Begriff selbst ist ja von Bourdieu, lässt sich sehr gut in modernen Gesellschaften nachweisen und man hat einen geschärften Blick darauf. Man hat als Historiker einen ganz anderen Blick auf diese vergangenen Zeiten und kann sie entsprechend auch genauer analysieren. Und das wäre für mich auch eine der Funktionen unserer Wissenschaft. Ja, also er hat ja auch deutlich gemacht, dass zum Beispiel Heiratsregeln unterschwellig vorhanden sind, auch in modernen Gesellschaften. Dass meinetwegen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, das Bildungsbürgertum und das Unternehmertum zwei verschiedene Kreise, Heiratskreise sein können, das sich nicht unbedingt mischt. Das sind so Mechanismen, die vielleicht auch heute noch in modernen Gesellschaften vorhanden sind, ohne dass man die Regeln explizit kennt. Die sind irgendwo im Sozialen verborgen. Und es sind aber eben, wie Sie ja auch immer wieder betont haben, nicht nur soziale Probleme oder soziale Distinktionen, die Gesellschaften steuern. Aber das ist, glaube ich, schon eine ganz wichtige Frage, die da aufgeworfen worden ist. Das ist sicher richtig. Also ich würde jetzt hier vor allem betonen, dass eben aus dieser Vormoderne heraus bestimmte unreflektierte Formen von Verhaltensregeln Verhaltensregeln. Habitus ist übrigens auch ein Begriff, der von Bordeaux erstellt, also wie man sich gibt, wie man sozusagen sich selbst auch inszeniert, welche Bewegungen, welche Körpersprache man übt. All das ist nicht irgendwo explizit festgelegt, sondern das ist durch soziale Praxis tradiert. Und insofern kann das weiterleben, auch wenn die rechtlichen Bedingungen völlig anders geworden sind. Und ich denke, das gilt in sehr vielen Gesellschaften, auch außerhalb Europas, dass bestimmte Regeln einer sozialen Ordnung, die auch sichtbar ist und die Unterschiede betont, irgendwo sehr gut ankommt oder gefragt ist. Obwohl ich sie persönlich für extrem problematisch halte und sehr oft auch dies funktioniert. Ja, klar. Aber das sind so Dinge, die stecken wahrscheinlich einfach drin in einem Gemeinwesen, ohne dass man das bewusst in irgendeine Richtung verändert oder steuert. Aber sie haben natürlich ganz unterschiedliche Dimensionen. Sie beschäftigen sich einmal mit dem Regelwerk von Gesellschaften, im juristischen Sinne, aber tatsächlich auch im nicht-juristischen Sinne. Also was hält Gemeinwesen zusammen? Sie beschäftigen sich aber eben auch mit sozialen Phänomenen und der Frage, wer hat welchen Anteil, welche Partizipation auch an den Ressourcen einer Gesellschaft. Sie haben sich aber ebenfalls auch mit Umwelt- und landwirtschaftlichen Fragen beschäftigt. Auch da ist ja in dieser Zeit ungemein viel im Umbruch und tatsächlich auch mit so etwas wie einer Eigenlogik im politisch-historischen Prozess. Sie hatten schon vorhin schon ein paar Beispiele dazu genannt. Ich hatte sie versucht, auf eine Fährte der Finalisierung zu locken, wo es darum geht, dass Gesellschaften irgendwo anfangen und am Ende auch irgendwo wieder enden. Aber so einfach ist es ja nicht. Es gibt Rivalitäten zum Beispiel zwischen Gesellschaften. Also es ist nicht alles nur innenpolitisch zu sehen, sondern es gibt natürlich auch Streitereien, die durchaus auch von außen in Gesellschaften hineingetragen werden. Und je mehr eine Informationsgesellschaft voranschreitet, je mehr es Verknüpfungen, Netzwerke und auch Austausch zwischen Gesellschaften gibt, umso mehr spielt das wahrscheinlich auch eine Rolle. Und ist für uns dann fast gar nicht mehr so schnell erfassbar, was Gesellschaften wirklich steuert. Also das ist jetzt ein Themenbereich, den ich vorhin mal kurz angesprochen habe. Ich habe mich immer wieder mit dem befasst, was man als Mächtebeziehung oder internationale Beziehung bezeichnet. Und es geht da ja um die Frage, wie kann ich einen Zustand, einen einigermaßen erträglichen, berechenbaren Zustand erreichen, wenn ich keine strengen Rechtsregeln und auch keine Erzwingungsmöglichkeiten habe. Über diese Erzwingungsmöglichkeiten ist historisch immer mal wieder nachgedacht. Beim großen Dante gibt es schöne Aussagen darüber, warum es sozusagen einen universalen Monarchen geben muss, der über alle, die über die Stränge hauen, also alle Könige dann richtet. Das hat sich genauso wie bestimmte Zuschreibungen an die UNO als vielleicht doch etwas verfrüht erwiesen. Und das ist insofern für meine eigene wissenschaftliche Biografie sehr interessant, weil ich ja meine Dissertation in einer Zeit geschrieben habe, nach 89 oder eigentlich genau in dieser Zeit beginnend, als die Geschichte uns beizubringen schien, dass die Zeit der internationalen Beziehung sowieso eigentlich vorbei ist. Wir haben bald das Ende des großen Kampfes zwischen verschiedenen Systemen, womöglich das Ende der Geschichte. Auch davon war die Rede. Und es war die Vorstellung, dass eigentlich es klassische äußere Politik gar nicht mehr geben wird, weil jetzt alles geregelt wird unter der Ägide der USA, also unter Schirmherrschaft der USA, mit der Hilfe der UNO. Es wird nur noch langfristig eine Weltinnenpolitik geben. Das war der Traum. Und dann haben mir viele Leute gesagt, warum machst du denn so einen alten Käse, Mächtepolitik des 18. Jahrhunderts und so weiter. Und ich habe immer gedacht, naja, ich würde ja gerne auch träumen oder für Zukunft halten, was ihr für Zukunft haltet. Ich bin da skeptisch. Und es hat sich ja gerade in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich erwiesen, dass diese Hoffnung, dass es eine geordnete Weltgesellschaft gibt, in der überall das gleiche Recht, überhaupt Recht gilt, dass im Austrag von Interessen vernünftige Verfahren gewählt werden, sei es jetzt über eine Welthandelsorganisation oder sei es über den Weltsicherheitsrat oder wie auch immer, dass sich diese Hoffnung leider, ich betone es sehr ausdrücklich, leider so nicht realisiert hat, sondern dass in einer ganz brutalen Weise jetzt wieder eigentlich auf Gewaltanwendung in vielen Bereichen gesetzt wird. Und das ist das, was Sie eben angesprochen haben. Das ist ja nichts, was nur dann im Bereich der internationalen Beziehungen, der Kriegführung, der Verträge, der Konferenzen zwischen Staaten eine Rolle spielt, sondern was eben in einer asymmetrischen Weise auch in unsere Gesellschaften selbst hineingetragen wird. Wenn man jetzt hört, in welcher Weise sich Vertreter bestimmter Parteien in den Dienst autoritärer Regimes stellen, dann stellt man fest, also diese neue Gewalt in den internationalen Beziehungen ist nichts, was vor den Grenzen der Bundesrepublik oder überhaupt des Westens halt macht, sondern das ist in die Gesellschaften selbst hineingetragen. In den USA ist es teilweise noch krasser und sich dagegen zu wehren, ist ungemein schwer. Es setzt überhaupt mal voraus, dass man sich des Problems bewusst ist. Das ist ja oft nicht der Fall. Also die besagte Partei, an die ich jetzt besonders denke, sagt ja immer die Deutschen zuerst. Ja, selbstverständlich. Aber in Wirklichkeit ist dieses die Deutschen zuerst eigentlich Putin einen Gefallen zu tun oder Xi oder wem auch immer. Und das ist dann doch sehr, sehr bedenklich, aber das muss man erst mal kapieren. Und ich habe den Eindruck, die kapieren das zum Teil nicht. Ich will jetzt keinen professoralen Hochmut, aber ich glaube, die kapieren das. Ja, und es ist vielleicht auch für eine jüngere Generation, die nach 1989 überhaupt erst geboren wurden, gar nicht so einfach zu verstehen, dass Friedenszeiten auch mal zu Ende sein können. Und dass die Blockgegensätze, Sie haben es vorhin angesprochen, die Auflösung der Blockgegensätze, ich habe die Zeit natürlich von 1989 noch sehr genau in Erinnerung, war auch in dieser Zeit sehr viel im Grenzbereich unterwegs, weil wir damals ja eine Forschung über diese Zeit gemacht haben, eine sehr aktuelle. Und man hat große Hoffnungen gehabt. Sie haben es gerade geschildert. So, jetzt ist mal das Hauptproblem vorbei. Die Blockgegensätze sind irgendwie überwunden. Es kam natürlich in der Sowjetunion auch noch die große Zeit von Gorbatschow dazu. Das war alles in derselben Ära. Und dann hat man sich mit anderen Dingen befasst. Die Digitalisierung, das Internet, die Fragen spielten auf einmal eine riesengroße Rolle. Dann kam es irgendwann mal zu einer Finanzmarktkrise. Da wurde man dann schon etwas hellhöriger und dachte, oh, 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 also diese Finanzmärkte, die können uns auch noch mal irgendwie um die Ohren fliegen. Da war es gar nicht mehr so einfach, sich vorzustellen, dass alles bleibt in einem friedlichen Kontext. Und auf einmal stellte man fest, Moment mal, diese Blockgegensätze, die sind vielleicht jetzt weg, aber es bauen sich andere Machtkonstellationen in der Weltgesellschaft auf. China, USA. Jetzt haben wir natürlich leider ein sehr trauriges Beispiel wieder, der Übergriffe von Putin auf Teile der westlichen Welt und so weiter und so fort. Also könnte man daraus die Schlüsse ziehen, bleibt mal lieber wachsam und glaubt nicht daran, dass der Frieden das vorherrschende Modell der Weltgesellschaft ist, sondern dass es immer wieder zu solchen Konstellationen kommen kann, wo Machtinteressen eine größere Rolle spielen als Friedens- und Freiheits-, der Begriff Freiheit ist natürlich auch da mitzudenken, eine wichtige Rolle spielt. Also das sind jetzt sehr wichtige Fragen. Also das eine, von der Frühneuzeit gesehen, ist das Verhältnis der Staaten zueinander immer ein vielleicht leicht geminderter Naturzustand. Und Natur ist jetzt nicht irgendwie öko und nett und kuschel, sondern Natur heißt sozusagen der Wolf und das Miteinander kämpfen ohne Regeln, das ist der Naturzustand. Aber ich will jetzt nicht einfach sagen, guckt euch die frühe Neuzeit an und dann habt ihr schon verstanden, wie es in der Welt ist. Die Welt hat sich geändert, aber die Welt hat sich tatsächlich wieder stark zurückentwickelt, gerade was die Möglichkeit der Regulierung des Verhältnisses von Staaten zueinander angeht. Und mir ist eine zentrale Sache sehr wichtig, und das hat jetzt schon mit den Themen zu tun, die wir jetzt hier auch angesprochen haben. Ich habe den Eindruck, dass heute bei jüngeren Menschen, mit denen ich ja zeitweise als Gymnasiallehrer und jetzt als Professor zu tun habe, dieser Begriff des Politischen, überhaupt alles, was politisch ist, mit irgend so einem unangenehmen Geschmack verbunden ist. Das ist etwas, was man eigentlich sich gar nicht näher angucken will. Das ist ja doch irgendwie unerfreulich. Und ich glaube, diesen Luxus kann man sich nicht leisten. Wir können nicht sagen, wir gucken uns nur das an, was in der Geschichte mir hilft, mein eigenes Ego sozusagen herzuleiten, meine Position zu begründen, irgendwelche Gründerväter für hehre Prinzipien zu finden, sondern wir müssen uns auch ansehen, wie Konflikte, wie brutal, wie gewaltsam Konflikte ausgetragen wurden und wie leicht es zu Konflikten kommt und wie eigentlich ungewöhnlich, unwahrscheinlich im lumanschen Sinne es überhaupt ist, dass man eine Ordnung hat, die funktioniert. Und das ist derzeit vielleicht ein Bewusstwerdungsprozess, von dem ich jedenfalls hoffe, dass auch unsere Studierenden, gerade diejenigen der Geschichte, für Konflikte auf dieser Ebene und für Politik und für Interessen und deren Austrag einen Sensus, ein Gefühl entwickeln, ohne, dass sie jetzt zu verfechtern irgendeiner Form von Gewaltverherrlichung oder Billigung von Gewalt übergehen. Wir kämpfen für Gleichheit, für Frieden, für Gleichheit, für Demokratie, aber wir tun das nicht, indem wir die Augen zumachen. Ich glaube, das ist etwas, was ich gerade künftigen Geschichtslehrern immer wieder sagen möchte, das Augen zumachen hilft nicht weiter. Das Augen zumachen hilft sicherlich nicht weiter und ich glaube, es geht auch insgesamt beim Fach Geschichte darum, die Urteilsfähigkeit zu schärfen, auch für die Gegenwart, für die Krisen, in der wir uns heute selber befinden, vielleicht auch einiges an Verhaltensmaßstäben, Normsetzungen zu lernen, warum sich manches so oder so jetzt entwickelt. Ich denke, es ist ganz wichtig, auch nochmal deutlich zu machen, dass Geschichte nicht einfach eine Abfolge von Daten oder eine Chronistik ist, die sich so und so abspielt und nachher irgendwo endet. Sie haben vorhin gesagt, nicht das Ende der Geschichte. Wer konnte so etwas glauben? Wurde breit diskutiert. Ja, ich weiß schon. Das ist ja allein im Generationenkontext schon irgendwo unvorstellbar. Aber dass politische Herrschaft und auch Gesellschaften, wenn man das mal auf dieser Ebene diskutiert, nie wirklich fertig sind, sondern sich in irgendeiner Weise immer weiterentwickeln und dass es eine unserer Aufgaben ist, diese Weiterentwicklung krisenfest zu machen. Das ist, glaube ich, ein Anliegen, das teilen wir beide wahrscheinlich jetzt, auch nicht nur nach diesem Gespräch, sondern auch schon vor diesem Gespräch, dass es darum geht, aus der Vergangenheit etwas zu lernen, aber nicht, dass es immer so weitergeht, sondern diese Krisenfestigkeit, die spielt jetzt in den Normen, im Werteverständnis, aber natürlich auch in Richtung Verfassungstreue, eine verbindliche Ordnung, all das ist in der frühen Neuzeit in der hohen Komplexität angesiedelt und begegnet uns jetzt heute wieder. Was würden Sie denn nicht nur den Geschichtslehrer, sondern auch den Studierenden mit auf den Weg geben? Also ich würde eigentlich sagen, dass Geschichtswissenschaft eigentlich in mindestens dreierlei Weise sehr viel dazu beiträgt, unsere Gesellschaft besser zu verstehen und überhaupt gesellschaftlich wichtige Fähigkeiten zu entwickeln. Ich würde drei Punkte nennen. Das erste ist, dass die Geschichtswissenschaft ja im Umgang mit ihren eigenen Quellen einen kritischen Apparat entwickelt hat, eine Methode entwickelt hat, wie sie beurteilt, woher bestimmte Informationen kommen, wer hat etwas geschrieben, mit welchem Hintergrund, aus welchen Gründen. Das ist meines Erachtens eine soziale Technik oder eine Technik im Umgang mit Wissen, die wir heute gerade im Zeitalter des Internets absolut fundamental brauchen. Quellenkritik gegenüber dem ganzen Material, nennen wir es mal so, was da auf uns einströmt oder einströmt. Also diese Fähigkeit zur methodischen Kritik ist ganz wichtig und denke ich, man kann sie eigentlich kaum wo so gut lernen wie im Studium der Geschichte und der Auseinandersetzung mit Geschichte. Das zweite ist eigentlich für mich, die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Geschichte ist eine Schule im Umgang mit Komplexität. Wir haben vor einigen Jahren unsere Fakultät mal einen Tag gegen einfache Wahrheiten gemacht und diese Fähigkeit anzuerkennen, dass die Welt nicht mit zwei, drei Verschwörungstheorien und mit zwei, drei Glaubenssätzen verstanden werden kann, sondern dass sie gerade auch in ihren Widersprüchen unbedingt ein genaueres hinsehen und genaueres Nachdenken erforderlich macht, was eben auch heißt, es gibt auch keine ewigen Wahrheiten und das, was vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren als Zukunft uns prognostiziert und angekündigt wurde in den schönsten Farben, ist eher ein Horror. Ich bin gerade an einem Forschungsantrag zum Umgang mit Feuchtgebieten. Die Trockenlegung von Feuchtgebieten war im 18. Jahrhundert ein großes, großes Zukunftsversprechen und heute sagen wir, um Gottes Willen, machen wir, wenn es geht, wenn es überhaupt noch möglich ist, wieder rückgängig. Ein kleines Beispiel. Und der dritte Punkt ist, wenn wir eine Unabhängigkeit des Urteils entwickeln, dann ist das auch eine Möglichkeit gegen autoritäre Vereinnahmung der Vergangenheit entsprechend sich kritisch zu verhalten. Denn wir müssen ja nicht glauben, wenn es keine Geschichtswissenschaft mehr gibt, gibt es keine Geschichte mehr. Sondern wenn wir es denjenigen, die die Macht haben, überlasten zu sagen, was die Geschichte ist, kommt das heraus, was man sieht, wenn man zur Peace nach Polen guckt, zu Herrn Putin und seinen Großmachtträumen, aber auch zu Herrn Erdogan mit seinen ottomanischen Anwandlungen. Das heißt, dann wird die Geschichte im Grunde nur noch eine Legitimationsfolie für diejenigen, die jetzt die Macht haben. Und davor graut mir tatsächlich, und das ist für mich auch jedes Mal ein Anlass, weiterzumachen in der Wissenschaft und in der Vermittlung von Wissenschaft. Ja, also wir haben, glaube ich, jetzt mitnehmen können, dass Geschichte keine Ansammlung von Daten ist, die man auswendig lernen muss und hinterher weiß man genau, wie es zu einer bestimmten Zeit gewesen ist und macht sich so seinen Reim drauf. Und was sicherlich auch ganz wichtig ist, was Sie gerade gesagt haben, es gibt halt keine einfachen Wahrheiten. Die gibt es schon gar nicht in komplexen Gesellschaften. Das ist ja ganz klar. Die ganz, ganz vielen Einflüssen ausgesetzt und heute vielleicht noch mehr Einflüssen, als das in Ihrer Kernzeit, sozusagen in der frühen Neuzeit, der Fall war. Wenn Sie abschließend vielleicht nochmal einen Blick in die Zukunft in die Zukunft Ihres Forschungsgebietes werfen können, was wäre das? Ja, also da habe ich viele Ideen, aber ich will jetzt mal nur eine kurz charakterisieren, weil das auch ein Bereich ist, über den wir jetzt weniger gesprochen haben. Medien, Druckmedien, die eine sehr große Rolle spielen, auch zur Informationsübermittlung in der frühen Neuzeit. Und wir haben ja als Forscher in den letzten 15, 20 Jahren fundamentale Veränderungen insofern erlebt, als sehr viele gerade der gedruckten Quellen uns inzwischen digital zugänglich sind. Das heißt aber auch, dass wir in ganz anderer Weise sozusagen die Breite dessen, was veröffentlicht wird, zur Kenntnis nehmen können und auswerten können. Und was mich besonders interessiert, sind Fragen der Wanderung von Wissen, von Informationen, von Meldungen im Raum. Und konkret arbeite ich derzeit daran zu schauen, in welchen periodischen Druckerzeugnissen, welche Information, wann, wie veröffentlicht wird und wer von wem abgeschrieben hat. Und das Abschreiben ist eine durchaus wichtige Tätigkeit. Und das kann man jetzt, wo man diese ungeheuren Mengen an Daten hat und die entsprechend auch automatisiert über OCR, also Optical Character Recognition, erkennen kann und auswerten kann. Wo wir all das haben, ist es eigentlich immer leichter möglich zu sagen, den Weg von Information, den Weg von Nachrichten, den Weg von Wissen nachzuzeichnen und zu rekonstruieren, um so etwas wie eine Geografie auch des Aufklärungszeitalters, eine Wissensgeografie des Aufklärungszeitalters zu entwickeln. Für Korrespondenzen hat man das teilweise schon gemacht, für Druckerzeugnisse bis jetzt weniger. Aber das wäre für mich eine große Hoffnung. Und wir haben inzwischen ja hier auch an der Universität Augsburg in unserer Fakultät eben in den Digital Humanities Kolleginnen und Kollegen, mit denen man da zusammenarbeiten kann. Und meine Hoffnung ist, dass da noch einiges an neuen Erkenntnissen uns erwachsen kann. Und mir macht im Übrigen auch die technische Seite solcher Forschungen durchaus Spaß. Ja, vielen Dank, Herr Schilling, für diese sehr aufschlussreichen Ausführungen. Wir haben einen Historiker der frühen Neuzeit gehört, der aber eben auch ein aufgeklärter Historiker ist, nicht nur ein Historiker der Aufklärung und allem, was dazu gehört. Sie haben, glaube ich, großes Interesse heute geweckt für das Themenfeld Politik und Gesellschaft in Geschichte und Gegenwart und auch für die Zukunft. sehr wichtige Informationen und Einschätzungen über die ganze Krisenthematik, über Umbruchszeiten, über Wertekanon vielleicht auch, über die Frage Politikverständnis, wichtige Elemente auch unserer gegenwärtigen Beschäftigung mit einer sich transformierenden Gesellschaft. und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine andere dann nochmal in ihre Sprechstunde kommt und vielleicht noch mehr von diesen Themen zu hören, die heute wirklich ausnehmend spannend waren. Wie immer an alle, die uns zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und hören Sie gern wieder rein, überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage uni-augsburg.de und ich kann mich